ja, nimm mal mit na ne das sind scharfe, scharfe, ich finde kein Rubber Tree kann Rubber Tree eigentlich überall sein, oder? nur da, wo Eiche und kann überall sein, aber auch schon ist was ich nicht viel damals gefunden habe, war im Sumpf im Sumpf ne, wir haben hier Schneebium direkt nebendran und ich hasse Schneebium season, ich sag nur season, ja yeah oh god ähm 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 ich hab halt einfach irgendein Bild oder sowas einblenden, oder irgendein Film ich hab einfach Transformers 4 einblenden ähm also bin ich wieder bei dem Dimension irgendein Scheiss verkleinert ähm ist irgendwas? nein, natürlich nicht nein, natürlich nicht nein, natürlich nicht nein, natürlich nicht das war ja gar nicht mein Gott, wie lange das dauert lange aber echt aber es geht im Endeffekt trotzdem schneller ja ja und schon wieder leckt's nein, du kommst was auch drauf wir müssen uns mal auch dann langsam auf ne Rohstofftour machen, oder? was? wir doch nicht was brauchen wir denn am meisten? Zinn und kupfer, oder? ja eigentlich brauchen wir fast von fast allem voll viel Diamant auch? ja, sowieso ist Diamant auch so selten wie im normalen Minecraft? oder kommt das ein bissl öfters vor? das kommt schon öfter vor würde ich jetzt schon sagen, dass es öfter vorkommt finde ich gut oh mein Gott Alter, Minecraft, warum leckst du Alter, warte Hörli? hm denk dran, noch vier Minuten, ne? ähm, kommst du mal nach Hause zum schlafen? was ist... hey, warum vier Minuten noch? oh, schau auf die Watch dann kennst du es irgendwo gehst du hin also vier Minuten eine Stunde und vier Minuten ja aber kraft machen und so vier Minuten hey, warum? ach, du willst es die ganze Zeit dass wir beide aufnehmen hey, am Anfang ja die erste Aufnahmesession hab ich ja gesagt, da waren wir zusammen hä? was, hey? also, da kann ich nicht so spielen, ey hä? mit den rucklangen kann ich jetzt nicht so lange spielen ach so und dann machen wir eine Pause ne, dann mache ich dann, ich mache um halb einfach raus und dann sag dann zu mir dann Schiss und dann kannst du zu dir rüberschauen und dann passt das ok wo ich mir das dann einfach deine Aufnahme wird oder das wie joh ich glaube es gut ist kannst du mal schlafen? ja, gleich ich glaube es ich glaube es Gute ist wenn man gleich zu an ich esse eine Mandarine ja, mach das sind die schon reif? haben wir die schon essen? ja, klar ich glaube es ist wichtig das Wichtigste ist, dass man anfangs einen guten Rapper Vorrat hat oder? ja so ziemlich und ohne rubber bist du sowas von einem Arsch glaube ich kümmere mich dann um die ersten Maschine also Generator und sowas Electric Fernands haben wir da schon genug oder? nein, da habe ich mir jetzt nur zum ein Stack und sieben haben wir jetzt ich mache einfach jetzt dann schon Schluss und dann passt es auf die zwei Minuten saugschissen da würde ich sagen, vielen Dank also bei meiner Aufnahme jetzt hat und bei meiner Sicht ja ja, 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 komm her warte, bist du sicher, dass wir da schon aufgenommen haben? ja, wir haben um 8 Uhr angefangen rauszunehmen um 8 Uhr 3 haben wir, habe ich angefangen also, also musst du doch 5 Minuten ich werde einfach ganz lange was vorne hinschneiden und dann passt es auch wieder, musst du auch noch einen halben Schritt zusammen oder du machst am Ende einfach ein Schwarzbild ja man sagt Spoiler ja, auf jeden Fall mach Spoiler zur nächsten Folge das was wir jetzt alles reden, piept sich einfach raus oder überdeckt sich mit irgendeiner anderen Stimme mit so einem Urang-Utan-Schrei oder sowas mit meinem Schrei oder Wahlgeräusche ich überdeckte einfach mit Wahlgeräuschen Meeresrauschen ja anzwischen kommt einfach mal ein Schrei danke aber mit Bild dann sind sie aber wach ja, okay, ja gut okay, dann würde ich auf jeden Fall sagen vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt den Rest der heutigen Aufnahmesession oder der Rest der heutigen Folge könnt ihr beim lieben Jabba-Gelb angucken ja, bei mir leckt es aber genauso der mich, ist mir scheißegal ja, bei dir leckt es weniger wie bei mir ähm, der mich tatkräftig unterstützt als Handlanger oh Gott, ich bin die Einfluss und yo bis zum nächsten Mal und tschüss tschüss oh, danke da weg guck her ja, damit geht's weiter ja, aus meiner Sicht yeah Patty ist noch dabei und ich sehe gerade, wir haben ein Stack und 19 Rubber das ist der Patty erst mal klaut pfff da zu rubber verarbeiten ähm äh oh, ist das schön oh keine Legs oder nicht ja gut, Legs ein paar Mal nicht mal da aber nicht so in der Aufnahme ja, das sind die ähm das sind wirklich, ich glaube, die Server Legs es liegt an Fraps nee, ich hab doch sel- ich hab doch wirklich so lange mit den Dreck-Aktis das Ding abzubauen ja, natürlich was soll denn der Scheiß ey, ich brauch heißen, ey, sind sie rastig hier gleich aus ja, ich wollt grad sagen, dass ich jetzt auf ne Tour gehe mit dir wenn du willst jetzt erstmal das Drecksportal rein ernsthaft? ja ist das nicht gewährlich, kann man doch nicht sterben? könnte man ja und warum gehst du dann da rein? dann hat man nicht mal auch gute Sachen drin liegen können der kann la 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 wie öffne ich das Waypoint-Menü? äh, mit 1k ah, mit M 1k, machst du gleich Waypoint äh? 1k ah also meine Farbe für das Ding ist pink oh 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 wie hast du denn, wie kann man pink machen? ah, pink bei mir auch automatisch eingestellt ähm ok bräuchte mal ein paar Blöcke ich komm ganz sicher nicht in die Dimension rein na kannst du knicken brauchst einfach mal ein Holz, wo ich dabei hab so da mach ich einmal den Hexe, das reicht ok, da steh ich safe da steh ich nicht safe kann man irgendjemanden falls irgendein Texture Pack ersteller von euch dabei sind die die hässlichen Blöcke hier da die Fabric Reality als irgendeinen farbigen Block machen oder sowas oder so als Danger äh, hier äh, äh, Dingens was ist das? und sich mal ein bisschen auskennt Jungle Wood einfach so mitten in der Landschaft ja, warum nicht? äh, 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 äh oh, oder ich hab eins bei dir ja ich hab ein Riss ja, ich hab noch eine Tür wir haben noch eine Tür gefunden ja, und ich habe einen Riss in der Hose und noch eine Tür α DA ISINKEN REISTER Mahler OSM OH OTOR C Dinspur Hoh, Gott bin ich gestorben Ich auch nicht, aber ich habe mich erschrocken. Ueli, ich bin tot. Du bist nicht tot. Doch, ich bin in einer anderen Dimension. Du bist aber nur nicht tot. Weil ich da runtergefallen bin. Yeeeey. Ich bin dieser komischen einen Dingens. Äh, Welt. Hä, ich blickere gar nichts. Was ist das? Oh, ich habe Tim. Du kannst dich am Arsch lecken. Nein. Äh, kommen wir nicht mehr weg hier. Alter, das leckt selbst mit 3 GB RAM. Leckt das extrem. Kommen wir nicht mehr weg. Ja, warum bist du da überhaupt drin?